Hatten Sie schon mal dieses lästige Brennen in der Speiseröhre? Vielleicht auch das Gefühl eines vollen Magens? Es könnte Sodbrennen oder säurebedingte Magenbeschwerden sein. Sodbrennen ist das brennende Gefühl hinterm Brustbein, wenn der Schließmuskel zum Mageneingang sauren Mageninhalt in die Speiseröhre aufsteigen lässt, was die empfindliche Schleimhaut reizt. Im Liegen können die Beschwerden besonders ausgeprägt sein. Völlegefühl als subjektives Gefühl eines vollen Magens wird häufig begleitet von Magendrücken und Aufstoßen. Bei jedem ist es anders, aber 72% der Beschwerden werden verursacht durch eine unserer größten Freuden, dem Essen und Trinken. Scharfes, fettiges, frittiertes Essen sowie Kaffee und Alkohol sind die häufigsten Schuldigen. Sodbrennen und saures Aufstoßen sind auch in der Schwangerschaft weit verbreitet. Bis zu 85% aller werdenden Mütter sind betroffen. Wenn Sodbrennen, Völlegefühl und Magendrücken auftreten, Renni wirkt in Minuten nur lokal im Magen, indem es überschüssige Säure in Wasser und andere natürliche Substanzen umwandelt. Ob Sie unterwegs sind, ein Essen mit Freunden genießen oder ein kleines Bündel Freude erwarten. Renni wirkt in Minuten und ist gut verträglich bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihre Apotheke.